Der Moment, auf den wir gewartet haben, Alter. Junge, guck dir an wie groß das ist. An den Anblick könnte ich mich auf jeden Fall gewöhnen. Und genau die Momente wie jetzt sind der Grund, warum ich den Trip machen wollte. Wir haben den ersten Tag hier richtig, wo wir jetzt auch fahren und hat sich schon alles gelohnt. Es ist einfach so geil. Ich hoffe, man hört nicht zu sehr, wie verschnupft ich bin. Ich hoffe, das geht auch jetzt die nächsten Tage weg. Ich bin jetzt hier gerade schon ein bisschen am rumfahren. Kevin ist da hinten mit Luca. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Auf den Steinen schon Bike-Korn drin von seinem neuen Design, was auch mega geil aussieht. Und ja, jetzt werden wir hier mal ein bisschen erkunden. Hier ist echt niemand. Es ist so geil. Alter, was für Wellen. Okay, jetzt werde ich mal hier wegfahren, weil jetzt wird auf jeden Fall Wasser kommen. Und hier wäre sowieso genug geredet. Es wird auch wieder ein bisschen gefahren. Ich habe mir immer gesagt, dass ich das drüben langweilig finde. Aber hier ist es zwar geil. Und jetzt ist es so geil. So, nachdem Galas Entertainment fertig ist mit dem Bildermachen, geht es los oder was? Hier. Haar, ha's in! ja er sendet schon komplett ja 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 ich hab Sand in jeder Ritze da sieht das kreik aus auf einem Video eine coole sache weil die räder vorne so weit raus stehen ist aber keiner denkt echte Wände hochfahren bringt einem nichts aber es ist gut gut ist hallo tschüss ahhh Hilfe ja und hier wohnst du dann wenn du vier hundert Euro zwei Wochen all inclusive gebucht hast show me something go on go so ein paar Leute hier noch ein bisschen Spaß bereitet das sieht auf dem Navi so geil aus wir fahren einfach die ganze Zeit so halb im Meer also wir fahren ja wirklich halb im Meer ich hoffe mal die Aufnahmen gezeigt wie viel Spaß wir hatten wir haben so geile Sachen gemacht das ist einfach so geil am Strand her zu fahren und ich würde sagen die Scrampler macht ja auch einen ganz guten Job ich meine es ist kein Sportquart aber dafür lässt sich hier auch echt gut fahren im losen Sand ist es ein bisschen kritisch da habe ich eigentlich fest zu fahren bin nochmal gespannt wie es dann in den Dünen ist aber ey es macht so Spaß und das hier ist einfaches Paradies wirklich es ist so geil Luca I still need a good outro das ist Essigfleisch und eine Cremeschnitte mit Apfelstrudel ja grüß dich Michael grüß dich Michael grüß dich Michael